Mein Name ist Thomas Grundmann, ich bin Professor für Theoretische Philosophie an der Universität zu Köln hier, seit 2004, also zwölf Jahre jetzt, und zwar mit den Schwerpunkten Erkenntnistheorie und ein wenig Logik und seit 2016, also seit diesem Jahr, der Präsident der Gesellschaft für analytische Philosophie. Im 19. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert gab es so einige Vorläufe der analytischen Philosophie, nämlich die drei H's, Humboldt, Herder und Hamann, die haben im Umfeld des deutschen Idealismus entdeckt, dass Gedanken eigentlich im Medium der Sprache artikuliert werden, dass die Sprache dafür ganz zentral war. Und das ist im späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts dann vor allen Dingen bei Bolzano, Frege dann sehr stark ins Zentrum gerückt und die Sprachabhängigkeit des Denkens wurde immer wichtiger, immer grundlegender. Wittgenstein ist der Erste dann, der wirklich ganz fundamental behauptet, Denken ohne Sprache ist unmöglich, gewissermaßen Denken ist immer sprachlich und das führte zu einer, ja, wenn man so will, zu einer Neujustierung der Philosophie. Bisher hatte man überlegt, wie man Gedanken fasst und klar fasst und jetzt ging es darum, zu gucken, wie der sprachliche Ausdruck, da ja Denken sprachlich, essentiell sprachlich ist, der sprachliche Ausdruck geklärt werden konnte. Also ein großer Trend der frühen analytischen Philosophie ist zu sagen, die Gedanken, die in Sprache gefasst sind, sind oft nicht vollständig klar und durchsichtig in ihrem kognitiven Gehalt, also das, was sie über die Welt aussagen, wie die Welt, wie sie die Welt beschreiben. Da sind alle möglichen Ballaststoffe mit drin, wie zum Beispiel alle möglichen Wertungen, Gefühle, Affekt, Involviertheit. Zum Teil sind die sprachlichen Ausdrücke auch gar nicht kognitiv. Man drückt eben einfach aus, dass man positive Empfindungen hat etwa. Das ist alles relativ unklar und die Sprache sollte gereinigt werden auf den kognitiven Gehalt hin. Es sollten Ambiguitäten aufgelöst werden. Es sollte geklärt werden, ob man vielleicht aneinander vorbeiredet. Es sollte geklärt werden, was für Kategorien vorkommen und eine Klärung der Ausdrücke hilft uns besser zu verstehen, was für Kategorien Dinge sind. Und das zum Ausgangspunkt nehmen jetzt kann man sagen, dass ein großes Anliegen der analytischen Philosophie auch war, zu sagen, indem wir die Bedeutung von Ausdrücken klären, klären wir auch, was das Thema ist. Also wenn ich über Wissen spreche, dann muss ich mir zunächst mal klar machen, was der Begriff oder der Ausdruck Wissen bedeutet. Das klärt schon die Konturen dessen, worüber ich rede. Und die Sprache ist ein gutes Medium, um das zu klären. Also kurz, Sprache war irgendwie die zentrale Instanz jetzt, die geklärt werden musste, um einen klaren Blick auf die Dinge selbst zu bekommen. Man hat dann noch eine gewisse Radikalisierung in der analytischen Philosophie gehabt, die nämlich auch gesagt hat, wir gucken uns nicht nur Sprache als zentrales Medium des Denkens an, sondern die Welt selbst hat eigentlich unabhängig von der Sprache auch gar keine Struktur. Das ist das Stichwort Nominalismus. Die Dinge sind alle einzeln und durch die Namen, die wir ihnen geben, bekommen sie gewissermaßen Struktur und indem wir deswegen diese Namen untersuchen, die Prädikate, die wir anwenden, klärt sich auch die Struktur der Welt. Und da sieht man schon, jetzt hat sich im Grunde das Bild der früheren Transcendentalphilosophie, die es gab, also man klärt die Struktur des Denkens, um dann irgendwie die Struktur der Welt besser zu erfassen. Das ist bei Kant noch die Idee. Im Grunde im Lichte der Sprachphilosophie, ja, wieder erneuert, weil man jetzt eben die Struktur der Welt klärt, indem man die Struktur unserer Sprache klärt. Und ich habe eben schon gesagt, Linguistic Turn ist das Stichwort hier. Also, wie gesagt, starke Ambitionen verbunden mit der Klärung des Denkens, aber eben auch dem Versuch zu verstehen, was die Struktur der Welt ist, über das Verständnis der Strukturen der Sprache, aber die Sprache steht gewissermaßen im Mittelpunkt der frühen bis mittleren analytischen Philosophie. Es gibt den späten Wittgenstein der philosophischen Untersuchung, hat sich das in eine etwas andere Richtung jetzt entwickelt, weil man bei R vertreten hat, dass die natürliche Sprache, die Alltagssprache, die gesprochene Sprache zwischen normalen Personen im Alltag, dass die eigentlich die zentrale und wichtige Instanz ist, dass die viele Elemente enthält, die gar nicht rein kognitiv sind, sondern das sind Praktiken. Und um die Sprache zu verstehen, muss man diese Praktiken rekonstruieren, dass die Praktiken auch lebensweltlich verschiedene sind. Das führt zu einem gewissen Pluralismus und manchmal sogar Relativismus. Hier finden sich dann auch erste Auflösungserscheinungen der analytischen Philosophie, wenn man sie vergleicht mit den frühen Diktum, eine ganz kristalline Klarheit des Denkens durch eine zum Teil formale Analyse der Sprache zu gewinnen. Wir haben heute eine analytische Philosophie, in der Sprache nur noch ein Teil ist und in der Philosophie des Geistes gibt es viele analytische Philosophen, die gerade über die nicht sprachgeprägten Teile der Repräsentation des Denkens, des Vorstellens arbeiten, aber die immer noch sehr genau sind, sehr gründlich, sehr argumentativ, sehr wissenschaftsnah und in diesem Sinne vielleicht manches aus der analytischen Tradition bewahrt hat. Aber das muss man sehen und dann sieht man, dass der analytische Begriff oder der Begriff der analytischen Philosophie auch ein gewisses Konglomerat ist. Es gibt vielleicht mehrere Gründe, warum die analytische Philosophie analytisch heißt. Zum einen geht es um Bedeutungsanalysen. Wir haben sprachliche Ausdrücke, die verwenden wir zum Teil im Alltag, zum Teil sind sie auch in künstlichen, technischen Sprachen entwickelt und die kann man mit Analyseinstrumenten analysieren. Zum Teil geht es auch um logische Analysieren von Analysen von Satzstrukturen. Begriffsanalyse dient auch dazu, das Thema von Ausdrücken zu klären. Es ist nicht nur eine Präzisierung, Schärfung, sondern es soll auch geschlossen den Referenzbereich durchsichtig machen. Und die Methoden, die da angewandt werden, sind sehr unterschiedliche. Das geht von Urteilen über Fälle, die sogenannte Methode der Fälle, wo man sich einzelne hypothetische Beschreibungen anguckt und dann überlegt, kann man den Begriff Wissen darauf anwenden oder nicht. Da klärt man gewissermaßen die Extension eines Begriffes, also die Gruppe von Fällen, auf die er gerade noch zutrifft, im Unterschied zu der, auf die er nicht mehr zutrifft. Aber er kann eben auch in der logischen Analyse von Sätzen und Satzstrukturen bestehen. Viele der ursprünglichen analytischen Philosophen sind Deutsche. Zumindest wenn man den deutschen Raum jetzt als Sprachraum oder Kulturraum fast in Österreich mit einschließt, hat man Frege, Wittgenstein, man hat Karnab, man hat Moritz Schlick aus dem Wiener Kreis, man hat auch Otto Neurath. Viele waren jüdisch oder eben auch links, zum Teil sogar kommunistisch, mussten emigrieren aus Nazi-Deutschland. Und das hat den Schwerpunkt der analytischen Philosophie von Deutschland stark in die USA verlagert, wo man dann Zentren hatte, wie in Harvard, wo Karnab gewirkt hat, auch viele andere Figuren, die einen starken Einfluss hatten. Die ganze wissenschaftstheoretische Philosophie der USA war auch eben Reichenbach, die sich dort entwickelt haben, die heimisch wurden, großen Einfluss hatten. Und Deutschland ging dieser Person verlustig und auch einer ganzen Tradition, kann man sagen. Und das spiegelt sich dann vor allen Dingen natürlich in der Nachkriegsphilosophie in Deutschland, wo plötzlich ganz andere Tendenzen stark waren. Bis in die späten 80er Jahre war die analytische Philosophie in einer absoluten Minderheitsposition in Deutschland. Und zwar kann man das sehr genau sehen an den Lehrstühlen. Es gab in jedem Institut, wenn sie groß waren die Institute, eine Figur, die irgendwie ein bisschen analytische Philosophie macht. Viele Institute hatten gar keine analytischen Philosophen. Es war eine Minderheitsposition. Und in gewisser Weise war das natürlich ein Anachronismus, weil die analytische Philosophie, die mit von Deutschland initiiert war, war jetzt plötzlich an den Standorten Großbritannien und USA. Viele jüngere Studierende kennen ja eigentlich das Klima an den Instituten nur so, dass sie sagen, analytische Philosophie ist weit geteilt. Manche Institute sind rein analytisch. Das war völlig anders zu Beginn der 90er Jahre. Da gab es also eine handverlesene kleine Zahl von analytischen Philosophen, die sich in Deutschland im Grunde ausgegrenzt fühlten. Aus den Institutionen, aus den großen Fachgesellschaften, auch aus den Forschungsinstitutionen wie etwa der DFG. Es kam im Grunde die Wiedervereinigung oder besser gesagt zumindest den Mauerfall 1989. Und da gab es eine ganze Reihe von analytischen Philosophen, auch in der ehemaligen DDR. Die wurden nicht als analytische Philosophen benannt, weil damals gab es als Philosophie nur marxistische, leninistische Philosophie. Und alle analytischen Philosophen waren im Grunde Logiker. Und davon gab es aber eine ganze Menge. Und die drohten nun, arbeitslos zu werden. Die westdeutschen Philosophen gingen als Gründungsdekane oder Institutsgründer in den Osten und fingen an, eigene Berufungspolitik aufzumachen. Und es drohte eben einfach die Arbeitslosigkeit dieser Kollegen. Und deswegen plante Georg Meckle dann, eine Gesellschaft zu gründen, die im Grunde die Fachinteressen analytischer Philosophen und vor allem die Vertretung von analytischen Philosophen im Westen, aber eben auch die Interessen dieser von der Arbeitslosigkeit bedrohten Ostphilosophen wahrnahm. Das passierte tatsächlich im Mai 1990 an der damaligen Akademie der Wissenschaften in Ostberlin. War so eine kleine Gruppe von, glaube ich, 34 oder 36 Philosophen. Die hatten eine Konferenz. Vorher war schon eine Satzung ausgearbeitet. Und dann hat man tatsächlich am Ende diese Satzung, die heute noch gilt, verabschiedet. Es gibt natürlich viele Fachgesellschaften von Philosophen, die kleiner sind. Also etwa, es gibt die Schelling-Gesellschaft, es gibt die Hegel-Gesellschaft, es gibt die Kant-Gesellschaft und so weiter. Die Gesellschaft für analytische Philosophie sollte nicht so eine weitere Gesellschaft sein unter dem Dachverband der damals noch allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland, sondern die wollten einfach austreten aus dieser Gesellschaft und eine eigene Gesellschaft aufbauen. Das war also vollkommen singulär, dieser Schritt, und wurde auch als große Bedrohung und zur Verärgerung auch vieler der älteren Kollegen aufgenommen. Seit der Zeit hat dann auch die DFG Vorschläge von Fachkollegiaten, die über Forschungsanträge entscheiden, angenommen von der GAP, der Gesellschaft für analytische Philosophie. Auf allen möglichen Kanälen wurde die Stimme lauter dieser Gesellschaft und die wuchs auch von der Zahl her. Da scheint die analytische Philosophie jetzt klar auf dem Vormarsch zu sein, in vielen Bereichen eben vorherrschend, auch, wenn man so will, in gewissem Sinne ökumenisch, weil eben nicht mehr kämpferisch ausgrenzend, sodass man sagt, bestimmte Bereiche der Philosophie sind nicht theoriefähig für analytische Philosophen, wie es eben lange Zeit war. Die Ethik wurde da ausgegrenzt oder die Ästhetik, sondern im Grunde sind alle Phänomenbereiche analytisch behandelbar. Und sobald das Sprachpratik mal gefallen ist, ist es jetzt einfach eine wissenschaftlich gründlich saubere und klare, kleinteilige Philosophie geworden, die, denke ich, für sich spricht und attraktiv ist. Also es sind die Akzente anders, es sind Stile anders. Diese Gesellschaften werden separat fortbestehen, davon bin ich eigentlich sehr sicher überzeugt. Aber es gibt ein sehr entspanntes Klima. Wir hatten neu sogar ein gemeinsames Treffen der beiden Vorstände, wo wir einfach mal übergreifende Fragestellungen gemeinsam besprochen haben. Also das ist jetzt möglich ohne Verletzungen, ohne Ängstlichkeiten. Ich bin da eigentlich sehr optimistisch. Heute ist sie leicht kleiner als die Digifil, aber doch deutlich über 1000 Mitglieder. Und sie ist eben vollkommen eigenständig und setzt sich inzwischen für Philosophie in der ganzen Breite ein. Also es geht nicht mehr um die subsparte Sprachanalytische Philosophie, sondern die Gesellschaft für analytische Philosophie hat etwa auch, setzt sich etwa auch für die Interessen der Fachdidaktik ein. Ein Versuch, vielleicht Dinge neu anzupacken, ist jetzt auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit, wo man versucht, nicht nur die Philosophie in der Öffentlichkeit stärker darzustellen, auf allen möglichen Kanälen. Wir haben eben im letzten Jahr einen großen Preis ausgeschrieben zur Flüchtlingsfrage, zur Aufnahme von Flüchtlingen in europäischen und auch in der deutschen Staat. Und die Beteiligung war überraschend groß mit über 100 Einsendungen. Daraus ist dann auch ein Reclamband nach Preissiegerehrung der besten drei Beiträge, ein Sammelband mit zehn Beiträgen etwa erschienen. Es gab ein gewisses Echo auch in den Medien und Rezensionen waren durchweg positiv. Wir müssen uns als Philosophen nicht zurückhalten in diesen Debatten. Wir können auch normative und klare philosophische Orientierung geben, in politisch aufgeheizten Stimmungen und Debatten. Was man beobachtet kann, ist erstens, was mich persönlich sehr freut, ist, dass analytische Philosophie eben auch von den Impulsen jetzt, auch von neuen Ideen her, in Deutschland sehr viel stärker wird. Es gibt also jetzt Veröffentlichungen von jüngeren deutschen Philosophen bei Oxford University Press, jüngere Leute mit Anfang 30, die dort publizieren und einfach rezipiert werden. Was übergreifende Fragestellungen betrifft, sind verschiedene Trends interessant und ich glaube, die werden in Zukunft auch stärker werden. Zum einen das Erstarken von Metaphysik. Da geht es also wieder stärker die Struktur der Welt an und nicht so sehr die Struktur der Sprache. Und es gibt eben, man spricht über Eigenschaften, wenn man früher nur im Grunde prädikatisch sprach und ganz vorsichtig war. Als Nominalist, da gab es nichts Allgemeines in der Welt. Man spricht über kausale Kräfte, man spricht über Substanzen und Essenzen und nicht nur über Definitionen oder begriffliche Implikationen, sondern Essenzen der Dinge in der Welt. Die analytische Philosophie neigte am Anfang dazu, stark physikalistisch zu sein. Das heißt, alles, was existierte, existierte irgendwie in Abhängigkeit der physikalischen Welt. Und am besten war es, wenn man das alles reduzieren konnte. Inzwischen nimmt man eben andere mögliche Welten an. Einige Vertreter sind Dualisten und nehmen auch an, dass es physikalisch irreduzible mentale Eigenschaften gibt. Und das ist vielleicht ein Trend, der sich noch verstärken wird. Das ist ein liberalisierender Effekt, könnte man sagen. Die zweite Sache, die wichtig ist, ist, dass die Philosophie, die analytische Philosophie, seitdem sie sich ein wenig emanzipiert hat von einer zu engen Anlehnung an Begriffsanalysen, gibt es jetzt einen Pluralismus in der Methodenlehre gewissermaßen. Und jetzt scheint als nächstes der Streit zu entbrennen, erstens, was hat da den Primat in diesen Methoden? Wie sollten wir etwa das Phänomen des Wissens angehen? Man kann das mit Begriffsanalyse machen. Man kann das machen, indem man sagt, was bezeichnen denn Wissenschaftler, etwa Psychologen oder Biologen manchmal auch, in der Evolutionstheorie kommt das auch vor, als Wissen. Dann gucken wir uns einfach mal die Natur dieser Phänomene an und dann ist das eben Wissen. Oder wir gucken, wie man formal Wissen gut modellieren kann, auch in epistemischen Logiken, und schauen mal, was danach die Eigenschaften sind. Dieser Streit muss ausgetragen werden. Es ist interessant und vielleicht sogar ein bisschen pikant, dass die analytische Philosophie, die immer so viel Wert auf Klarheit und Transparenz gelegt hat, am Ende auch ein bisschen schulterzuckend vor dem Problem steht, zu sagen, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was die richtige Methode ist und müssen das erstmal jetzt klären. Aber das ist, glaube ich, wirklich Realität. Ein Feld, was ich persönlich sehr interessant finde, ist die analytische Existenzphilosophie. Die gibt es eigentlich unter diesem Titel noch gar nicht so richtig. Irgendwo kursiert das manchmal so als kleines Label hier und da. Aber so richtig gibt es das noch nicht. Und das sind Fragen wie etwa der Sinn des Lebens, auch welche Rolle der Tod im Leben spielt, ob es Gründe für Liebe gibt, welche Rolle Sexualität und Freundschaft spielen einfach für das Leben. Das könnte ein Bereich sein, der, wenn er verschiedene Kompetenzen bündelt, eben aus der Philosophie des Geistes, aus Debatten um Personalität, zum Teil auch Anleihen an die Ethik, wenn das verbunden wird, dass da sehr fruchtbare Dinge rauskommen. Es ist eben eine Riesenstärke der analytischen Philosophie, dass sie nicht an die traditionelle Existenzphilosophie gebunden ist. Die traditionelle Existenzphilosophie, wie sie aber von Sartre und Heidegger vertreten wurde, war der Meinung, die Ethik funktioniert nicht, weil es gibt in dem Sinne nichts normativ Verbindliches. Und jetzt müssen wir ja irgendwie unser Leben leben. Und da braucht man einen gewissermaßen Ersatz. Und das kann vielleicht die Existenzphilosophie leisten. Die ist ethisch neutral. Und heute sind nur noch wenige Skeptiker gegenüber der Ethik da. Man sieht einfach, es gibt einen Bereich des Lebens, der weder von der theoretischen Philosophie noch von der praktisch-ethischen Philosophie behandelt wird. Das sind Fragen, die sind unabwälzbar in die Ethik, unabwälzbar in die theoretische Philosophie. Die können behandelt werden, die müssen behandelt werden und die können auch exakt, genau und gründlich und argumentativ behandelt werden. Und es schreit geradezu nach einer guten Durchdringung durch analytische Philosophen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.